Ja, kann es denn sein, dass Stalker-Pon äh Papa-Pon ist? Klingt ja immer so ein bisschen doof, wenn man so redet, aber, ne? Hi. Komm, wenn wir zu viel auf einmal angegriffen haben, aber macht nix. Mal darf man ja mal sterben, oder? Wir warten halt wieder, bis da ist, ne? Es ist zu spät. Kunt! Da ist das. Wir werden uns alle in den Momenten veröffentlichen. Wir werden nicht mehr in den Momenten veröffentlichen. Aber es wird nicht mehr in den Momenten veröffentlichen. Los geht's! Spannende! Du bist ein Mensch, ja. Fertig! Wärme die. Välzüb, wir werden nicht mehr in den Momenten veröffentlichen. Ja, ganz gut! Los geht's! Wir werden nicht mehr in den Momenten veröffentlichen. Vielleicht haben wir es. Wir sehen uns gleich wieder alle tot. Na ja, fast. Macht aber auch Schaden, die Alte. Alle unsere Freunde sind wieder da vom Söldnertrupp. Dann schicken wir sie auch gleich wieder los. Neue Ware beim Bäcker. Reit hier die Kunstladen. Freut mich. Cool. Neuer Auftrag haben wir hier in Moor A Irgendwart. Glanz-Katana und Reiselust plus eins. Ich weiß nicht, ob wir das haben. Ein Glanz? Glanz-Katana. Das ist ein Bogen, ne? Sieht gar nicht mal so danach aus, als ob wir sowas hätten. Lassen wir das erstmal. Sieht nicht so aus, als ob wir das hätten. Irgendwas lilanes noch. Hier, Streiter für das Gute. Voll im Trend. Männlich. Wasser. Oh, wir haben's. Oder? Ne, so. Achso, so wird das. Das wird da angezeigt. Das ist ja schön. Sure. Go on. Dann mal los. Wir nehmen Rock auch mit. Was? Ja. Wir schicken die einfach mal mit. Ist ja für die auch nicht, ne? Rock und der andere Typ, die sind ja glaube ich sowieso gerade nicht bei uns dabei. Also lassen wir sie einfach ein bisschen spielen gehen. Lassen wir sie spielen gehen. Gerechtigkeit 1. Okay, wir müssen da lang. Das heißt, wieder gegen diese beiden. Ich glaube, wir haben irgendwas Interessantes dazwischen. Haben. diese aussprache von ihr die wir eigentlich in die richtige richtung frage freund mal ganz kurz gucken jetzt hatte ich irgendwie das gefühl dass wir nicht mehr richtig reisen wir doch einfach mal schnell schneller in die richtung runter das soll auf unserer ebene sein ich will hier nicht nur level mal klar ist bestimmt auch mal ganz gut die 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 No! Ray of punishment! Spinning! Cutter! You're done! Try to keep it up! Yeah! You're done! No one can stop us now! Me, me, me! Anchor shot! I will set you up! Now I'm fired! Spinning! You're done! Double spinning! It's one! I'm getting fired up! I can't even say where to go! I'm not sure where to go! It's just here! I'm not sure where to go! I can't even say where to go! It's just here! I can't even say where to go! With the money! It doesn't make sense to go! So! We're done! She's gone! Aether furnace reading lost. It seems she has escaped. Lila! Long time ago, Grampy Ponsusu and Dadapon Tattersow were working on her. Her name was Lila! Grampy Pons and Dadapons and Tora all wanted to become driver. However, not a single one of us have potential. So! We decided to work together and make artificial blade! Blade even we can use! But then... You must run, Tora! Take this and go! Someday you'll finish what we started! After that, Tora hide out in Toregoth City! Making Poppy based on blueprints and Aether furnace Dadapon left for Tora! Don't you have any idea who the attackers were? Tora not know who, but they definitely wanted to steal Lila! If it was Lila they were after, how'd she end up here in the Empire? It looked like there were Imperial soldiers after her! Tora have no idea! But one thing is most confusing! What's that? When bad guys attacked the lab, Lila was not finished! They're only one who could finish making Lila! Dadapon Tattersow! Which means, Tora's father must still be alive somewhere? Dadapon must be held captive by whoever using Lila! You there! Don't move! Imperial soldiers! You! So we meet again! Driver of the Aegis! Lady Morag! She's the one! That mechanical girl took down our squad! What? Hang on a minute! Where the hell did you get that idea? Unfortunately, they cannot tell difference between Lila and Poppy. So, Rex, was it? Rex, I'm very disappointed to find you stripping to such lowly crimes. Lowly crimes? What the heck? I'm telling you, you've got the wrong guys! Why do you not hear? Is she doof? Außerdem sieht man ja, wo die Luther steht! Die tut ja immer grad so! Okay! Don't take it! 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 We're making the rest of the people first here. Don't take it! Erstmal das Kleinzeug. Bring das was, wenn wir Fatone auf Phantom machen. Das ist ja aber gar nicht mehr so gefährlich, wa? Das ist ja so gefährlich, aber es ist ja so gefährlich, aber es ist ja so gefährlich. Nein, vergesse mal, dass die das noch haben. Erledigt. Geht! Okay, jetzt steck mit Vorsicht für das. Wenn du wirklich anstrengst, dann schieb ich es an die Pyra. Danke. Die Ägis hat verändert. Was ist mit ihrer Appearance? Wollt ihr mich? Wenn du Antworten willst, dann schieb die Schwäden weg. Was ist mit dir? Ich werde deine Konfession hören, während du sie verletzt hast. rex after this foresight i'll switch to pyra understood impossible he dodged it now it's my turn lady morax look at the aegis so you can change at will Wir können das tun, ohne sie zu spüren. Es ist so, dass du mein Gehirn hast. Hast du mich wieder zurückgebracht? Wir haben einfach keinen Grund für dich kämpft. Enough. Both of you. Ich weiß dich. Du bist aus der Argentum Guilden der Intelligenz. Lady Morag, aufhören. Sie sind nicht diejenigen, die in die Facilität und attacken deine Soldaten. Dann, der Kulprin hinter dem Attack war nicht die Artificial Blade, die hier stehen, ist das richtig? Sie sind sehr ähnlich, aber nicht die gleiche. Nira Nira sieht sie mit eigenen Augen. Ich habe ein Gefühl, dass wir seit unserer Angelegenheit sind. Ich bin sehr entschuldigt, dass sie eine Angst haben. Nira Nira hat sich die Argentum-Gültung der Argentum-Gültung. Ah. Also, du hast einen Augenblick auf uns, weil wir auf eine Guildenstelle gekommen sind. Wie irgendein, dass deine Angelegenheit stattfindet, dass unsere Innocenz ist. Es ist, dass ich zu viel Zeit in den Juden zu haben. Ich hätte nicht so schnell attacken dich. Meine Entschuldigung. Nein, nein, das ist gut. Keiner hat sich in der Ende gefallen. Ich bin nur glücklich, dass es nun alles geöffnet wurde. Eine Entschuldigung von der illustrieren Flambringer. Es ist ein Schmerz in sich. Taurus ist noch nicht glücklich. Sie sollten eine Jahrzehnte Sausage bekommen als Kompensation. Mastropon, ein wenig Selbstversprechung. Hm. Ich werde das, was ich kann, in meiner eigenen Beziehung, um zu compensieren. By the way, der Kulprin, der verletzt wurde die Szene. Kann ich fragen, was du mit ihnen verbunden hast? Du musst mir alles erzählen. Ich verstehe. Es scheint, es wäre besser für uns alle, wenn wir zusammenarbeiten, für den Moment arbeiten. Wir arbeiten mit dir? Ja. Mein Ziel ist, um den Artificial Blade zu holen, und zu schützen die Kriminale hinter seinen Aktionen. Und aus dem, was du gerade gesagt hast, die ich suchen, wahrscheinlich haben Taurus' Vater gehalten. Und aus dem, was du mit ihnen verbunden hast? Ja. Ich glaube so. Also, es ist definitiv besser zu haben, sie mit uns zu arbeiten, als gegen uns zu tun. Wir sollten nicht die Macht von Frigid, die Jewel des Empires, zu leichter nehmen. Wenn sie auf mich ging, sogar ich nicht mehr kann. Und dann, wir fangen das Ort auf den Boden. Ich bin honnend, dass die Ägis selbst so groß denkt von mir. Du vielleicht nicht erinnerst, aber ich habe dich ein paar Mal vorbeigehen. Also sagen wir, es war nicht einfach. Oh, wirklich? Aber das ist eine Geschichte für eine andere Zeit. Was sagst du, Leute? Ich kann nicht wahrnehmen, dass ich die Ägis selbst zu machen. Okay, dann. So, von diesem Moment an, ich denke, wir sind die Ägis. Für den Momenten, ich will zurück zum Palast. Okay. 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 Oh ja. Was. Kann sein, passieren. Weiß ich nicht. Das ist der Böse. Das ist wirklich der Böse, oder? Das ist doch der, der die... Jetzt ohne Scheiß. Weil der hatte ja auch diese Farbe, diese schon ein bisschen eigenartige Farbe. Okay, Leute. Wie gehen wir die Suche an? Irgendwelche Ideen? Herumgehen und die Leute nach Hinweisen fragen, wird wohl nichts bringen, oder? Stimmt. Jetzt war stockfinster, damit kein Mensch irgendwas gesehen hat. Nun, jetzt ist perfekter Zeitpunkt für Tora, um wahres Genie raushängen zu lassen. Packt das Ding wieder ein, das will keiner sehen und außerdem riecht es. Bitte Lauscherspitzen. Fakt ist ja, kann nur einer Leila zu Ende gebaut haben. Und zwar, da, Toras Papapon. Ja, das erwähntest du, das erwähntet ihr bereits in der vergangenen Nacht. Poppy wiederum wurde auf Grundlagen von Plänen gebaut, die Tora von Papapon gekriegt hat. Bedeutet, Leila und Poppy sind von Aufbau her gleich. Die sind praktisch das selbe Modell. Was wiederum bedeutet, dass sie auch aus ähnlichen Materialien konstruiert wurden, richtig? Genau. Verstehe. Wir müssen also nur rumfragen, wer in Mora Adrian diese Materialien angekauft hat. Dann finden wir ihren Konstrukteur. Poppy ist überrascht. Guter Gedanke von Meisterpomm. Seltene Freude. So, das sind halt eine seltene Freude. Und was ist das für Materialien, die man für eine künstliche Klingel braucht, Tora? Aus allererstes natürlich Ätherofen. Und dann jede Menge Kleinkram. Tora zählt auf. Tetrakreis. Schlangengelenk. Aschestein. Delta-Gefäß. Hasendiode. Wandlungskugel. Photonspirale. Märchen-Riemenrad. Was Märchen? Archendetektor. Insektenschip. Optimal-Distanzsensor. Bion-Kondensator. Allstopp. Geht's noch? Wer soll sich denn das alles bitte merken? Tora verplügt über kurze Aufmerksamkeitsspanne von Freunden. Waren gerade mal drei Dreißigstel von Liste. Oh Gott. Das ist das ein oder andere Material. Kam mir sogar halbwegs bekannt vor. Ja, diese Bionen-Kon-Nektoren. Hieß es nicht. Die werden häufig in Gormod zu finden. Beim Werbungstauchen. Seit einiger Zeit sogar nur noch in Gormod. Ihr gebt nirgends wo sonst. Mit anderen Worten. Wer auch immer Laila gebaut hat, muss Material aus Gormod importiert haben. Stimmt's? Dann sollten wir uns am Hafen von Anhangam noch auf weiteren Anhaltspunkten vor umsehen. Ja, versuchen wir. Vielleicht finden wir dort eine Spur. Versuchen wir es mal. Wo ist Laila? Ja. Oh, sie sind wieder da. Oh, die sind wieder da. Hi. Ich möchte nochmal ganz kurz einen kurzen Aufenthalt machen. Und Level abgehen. Wenn wir nämlich so viele EXP bekommen, dass wir einfach mal dick Level abgehen können. Sehr schön. Können wir uns nämlich einmal mal Level abmachen. So, den Rest machen wir jetzt aber morgen, wa? Jetzt sind wir mit ihr zusammen und jetzt müssen wir Papa Pond finden. Ich sag euch, dass der, 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 dieser Professor oder wie, ich weiß nicht mehr wie der da heißt. Der mit der komischen, der, Mumi, Mumi. Das ist doch, das ist, das ist, das ist, das... Das ist der da hundertprozentig, oder? Das ist der da hundertprozentig. 200 prozentig. Die selbe Waffe oder die selben Hilfskerne? Auch nicht mehr. Kann ich die denn wechseln? Kann ich die überhaupt wechseln? Die Fähigkeit... Achso, sprich mit vielen verschiedenen Leuten. 14, okay. Schnell mal alles durchklicken, nichts Neues da. Paira kann ich jetzt gerade ja auch nicht mehr machen, wa? Achja, was wollte ich? Ja, die-die-die-die-die-die-die-die wollte ich. Der Söltner-Trupp ist doch wieder da. Wir sind glät, dass du wieder da bist. Streiter für das gute Prinzball Einfühlungsvermögen Das ist ein Prinzball Weil es noch ein Prinzball Eigentlich nur ein Prinzball Ja, Prinz ist ein Ball, aber ist mir egal Da haben wir noch Ein Prinzball Na dann, gib ihn Das ist nicht eigentlich egal Wie die Truppe heißt Ich meine, das soll ja sein Quest, glaube ich, sein Aber, naja Schicken wir sie einfach los Genau, Spaß haben ist alles Als anderes scheißegal Haben wir Irgendwas seltenes Nö, wir haben nur Standardkristalle Voll low, Alter Wir haben nur Standardkristalle Oh, ich fühle mich so schlecht jetzt Okay Regeneriert bei Heilung 10% zusätzliche KP Ich würde aber gerne auf irgendwas anderes gehen Okay Okay, das machen wir jetzt Okay, das machen wir jetzt aber morgen im Stream Ich verabschiede mich jetzt Und Wir sehen uns Beim nächsten Mal wieder Also morgen Wenn wir Ja, Papa Pon finden Ich denke mal Das wird unsere Aufgabe sein Jetzt bin ich raus Und Bevor das Ding auf uns zugerollt kommt Auf Wiedersehen und Ciao Tschüss Es tötet mich Es schubst mich Okay, jetzt ist Schluss So Geh aus seinem Arsch raus Danke So Tschüss